Es handele sich um einen Kalender, der im Sinne der Kunstfreiheit gestaltet sei. Zum Sport. Morgen ist für die Ringer von Eintracht-Walheim der Tag der Entscheidung. Mit einem Sieg über Hösbach könnte das Team zum dritten Mal in die erste Bundesliga aufsteigen. Mit Michael Otto im blauen Trikot und Peter Otto wären dann wieder zwei Ringer aus der Wahlheimer Ringer-Dynastie am Aufstieg beteiligt. Ihre Väter, Dieter Rechts und Siegfried Otto, waren bereits beim ersten Aufstieg 1979 dabei. Auch Trainer Klaus Seiler hat bereits zweimal einen Aufstieg miterlebt. In Hösbach, einem Ort in der Nähe von Aschaffenburg, erwartet Wahlheims Trainer ausgeglichene Kämpfe. Entscheidend für einen Sieg wird der Auftritt des Wahlheimers Nikolai Georgiev sein. Er ist wegen einer Verletzung...